Das Wichtigste, was ein Mensch hat, ist seine Gesundheit. Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Versicherungspaket für unsere Mitarbeiter zu übernehmen. Hey Leute! Wow! Huch, was ist das denn? Hier ist das neue Starterpaket. Ab jetzt bin ich auch privatversichert. Von Hagedorn gestellt. Hier ist eine Karte. Was wir für Vorteile haben. 100% Chefarztbehandlung. Den Chefarzt. 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 100% Einzelzimmer. 90% Zahnersatz. Wir alle wissen, wie teuer die Zahnversorgung sein kann oder wie wichtig eine gute Versorgung im Krankenhaus ist. Dennoch können viele hiervon nicht profitieren, weil es Aufnahmekriterien gibt. Hagedorner haben hier den Vorteil, dass es keinerlei Gesundheitsprüfung gibt. Und wer möchte, kann seine Familie mitversichern lassen. Die Hagedorn-Gesundheitswelt-App. Die kann man sich runterladen aufs Handy. Rechnungen werden ohne Probleme per App hochgeladen, ohne in Vorleistung zu treten. Oder, dass man jede Menge Schriftkram hat. Einfach genial. Zusätzlich zum Startpaket gibt es eine extra programmierte App, die man seine Rechnung einreichen kann. Ganz einfach und ohne selber in Vorkasse zu gehen. Dann gibt es auch noch eine Broschüre. In mehreren Sprachen. Damit auch jeder von uns Bescheid weiß. Für Fragen haben wir nicht nur die FAQs in der Broschüre und der App, sondern auch eine eigene Hotline eingerichtet. Wir bieten den Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung auf dem Niveau eines Privatpatienten. Das ist unsere Art von Dankeschön. Und wir meinen damit nichts anderes als du, deine Gesundheit und die deiner Familie sind uns wichtig. Ja, was ist sonst noch zu sagen? Tolle Geschichte. Und wie findest du das? Super!